weiter geht's mit dem waldrecht auf bundesland ebene in hessens denn hessen mag ja auch schön sein und die hessen ganz patente leute die man wunderbar stressen kann ich finde diesen spruch einfach zu gut es tut mir leid ich möchte mich aufrecht entschuldigen aber ich finde trotzdem gut hessen ist tatsächlich das strengste bundesland was die waldgesetzgebung angeht und eins der drei wo man tatsächlich auch noch erheblich strenger durchgesetzt als beispielsweise in bayern nicht im wald schlafen kann man kann zelten wenn man die erlaubnis hat aber man kann nicht einfach so mal eben im wald schlafen man muss sich also für jedes übernachten eine gesonderte berechtigung holen weshalb hessen schon ziemlich ziemlich streng ist und auch sonst nicht besonders liberal also außerdem kommt noch erschwerend dazu dass hessen eines der bösen bundesländer sind die menschen mit behinderungen die im rollstuhl unterwegs sind diskriminiert denn in hessen ist das betreten zwar gestattet dem betreten ist aber nicht gleichgestellt das befahren mit krankenfahrstühlen das befahren mit krankenfahrstühlen in meisten bundesländern quasi das gleiche wie betreten wer nicht betreten kann weil er nicht gehen kann der darf stattdessen da auch mit dem rollstuhl rumfahren ob es jetzt viel sinn macht mitten im gelände im wald mit dem rollstuhl rumzufahren das möchte ich dahingestellt sein aber es gibt ja sehr wohl ecken im wald wo man tatsächlich den weg verlassen kann wenn man dann eine vertrauenswürdige person dabei hat die einem da gegebenenfalls hilft dann kann man da auch oder vielleicht wenn man zum beispiel ein sportler ist der zwar nicht gehen kann aber sonst topfit dann kann man da ja auch eben entsprechend durchaus da mal reinfahren und wenn man dann halt in gosnheim vom rollstuhl fällt dann 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 kommt man da auch irgendwie wieder rein oder kann sich notfalls wenn man solche arme hat wieder rausziehen und so leute gibt es ja so leute gibt es ja also die mit ihrer behinderung erstaunlich und beeindruckend entsprechend gut umgehen können und die hätten das bedürfnis und mich hat sogar mal eine angeschrieben herzliche grüße an dieser stelle die hätten sehr wohl das bedürfnis gegebenenfalls auch mal vom weg runter zu gehen aber die dürfen es nicht und es gibt keine sinnvolle begründung außer dass der irgendein idiot halt der meinung war das geht nicht zu sagen dass die das nicht dürfen wenn die das wollen der schaden für den wald ist jetzt noch nicht da vorhanden wenn du da mit einem kranken mit einem rollstuhl in den wald rein rollst was soll denn da passieren gigantische spurrillen es ist ja nicht so dass 20.000 leute mit dem rollstuhl auf genau der gleichen strecke durch den wald rollen dann gibt es tatsächlich spurrillen aber wenn da mal einer rein rollt also bitte also das halte ich für so bescheuerte regelung dass ich es echt übel nehme der hessischen gesetzgebung dass die da entsprechend leute im rollstuhl diskriminieren wollen weil auch die sollten voll fix noch mal das recht haben einfach mal ein stückchen in den wald reinzufahren zum naturgenuss zum zwecke der erholung um sich dann mitten im wald ja eben entsprechend aufhalten zu können und das zu genießen weil es einfach schön ist wenn man mitten im wald einfach nur mal rum hockt und gar nichts tut das dürfen die aber nicht so ein schwachsinn das stört mich wirklich enorm bei der hessischen betretungsgeschichte außerdem ebenfalls darf man nachts die wege nicht verlassen und das ist wiederum geregelt über so einen ganz kleinen schießtricks paragrafen den sich die jägerschaft in hessen hat einfallen lassen nämlich im hessischen jagdgesetz artikel 23 absatz 11 zur nachtzeit davon befestigte wege nicht verlassen es gibt jetzt zwei möglichkeiten wie man da vielleicht eventuell noch eine ausrede sich einfallen lassen könnte nämlich man verlässt den weg nicht zur nachtzeit sondern vorher und zweitens was ist ein befestigter weg was auch nicht so einfach zu definieren ist leider ist ein befestigter weg halt dann doch relativ schnell gefunden eine definition die in diesem fall zutreffen würde es muss eine arbeit die man als befestigung bezeichnen könnte stattgefunden haben heißt sowas hier ist kein befestigter weg weil das ist einfach nur platt getrampelter wald sozusagen und damit hätte es dann hier schon ein problem gegeben wenn man jetzt allein schon auf sowas unterwegs wäre was kein befestigter weg ist des nachts natürlich wird man wahrscheinlich keinen rechtsstreit gewinnen wenn man sagt aber ich habe den weg schon vor anbruch der dunkelheit verlassen ich darf ihn ja nun nicht verlassen nachdem es dunkel geworden ist wenn ich das schon verlassen habe dann gegebenenfalls würde man vielleicht sogar mit sowas durchkommen es gibt keinen fall wo das jemals jemand versucht hat wer da mutig ist bitte gerne weil ich halte es auch für schwachsinn hessen ist nicht das einzige bundesland in dem das so sein muss dass hessen besonderen anspruch hat auf den schutz der wildtiere die in hessen viel empfindlicher sind als überall sonst das ist quatsch das ist einfach blödsinn und entweder muss das wirklich überall drin stehen und dann ist es genauso ein blödsinn natürlich weil es einfach nicht notwendig ist meines erachtens und ich bin da ja durchaus nicht ganz unfach mann und zweitens hat hessen einfach nicht die hessen ist nicht anders hessen ist die vom wald her nicht anders als benachbarte gebiete rheinland spalzes oder baden württembergs oder niedersachsens oder sonst irgendwas da gibt es überhaupt keinen nennenswerten unterschied oder selbstverständlich auch bayerns glaube hessen hat auch so eine ganz kleine landesgrenze mit bayern oder sachsen oder thüringen oder ich hoffe zumindest dass da ich muss mich ja leider outen als mensch der sich mit der ostgeografie gar nicht so super gut auskennt leider 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 ich gelobe besserung ich musste auch noch viel öfter hin das ist wunderschön aber das zum thema verlassen der wege sammeln standard nach naturschutzgesetz da können wir uns jetzt kurz fassen holz nichts geregelt also auch da wieder in der entsprechenden gemeinde nachfragen wenn man holz sammeln möchte feuer auch wieder sehr streng wenn ein feuer machen möchte und zwar jeder der ein feuer machen möchte gilt auch für entsprechende waldbesitzer und so weiter und so fort mit forstlicher genehmigung das heißt du musst dir für jedes feuer eine genehmigung holen es sei denn es findet halt eben wieder gesagt in entsprechenden feuerstellen statt wobei ich mir vorstellen könnte dass es in hessen solche feuerstellen gar nicht mal großartig eine große anzahl gibt weil sie da ja doch sehr vorsichtig zu sein scheinen rauchen darf man nur mit zustimmung des waldbesitzers heißt am besten geht immer durch irgendeinen wald macht euch vorher schlaufe ich der waldbesitzer heißt ruft bei dem dann an und fragt ob ihr mal eben eine rauchen wollt hallo ich bin hier in ihrem wald ich würde gerne eine rauchen hätten sie da was dagegen tatsächlich es ist absurd es ist wirklich absurd also entweder verbietet man es oder aber aber auch das halte ich für übertrieben aber gut also das verbot in den sommermonaten das finde ich schon relativ sinnvoll weil tatsächlich nachweislich der ein oder andere waldbrand durch achtlos weggeworfene zigarettenkippen ausgelöst wird wenn man das halt dann eben quasi noch mal etwas extremer auslegt und sagt ihr dürft gar nicht erst rauchen dann kann ich das schon irgendwo verstehen weil so ein waldbrand der ist uns forstmännern doch ein extremer dorn im auge aber das ist doch lächerlich gut aber kann man sich streiten radfahren wege die ja wege auf den begegnungsverkehr möglich ist und bei denen der besitzer des weges nichts dagegen hat da darf man dann entsprechend radfahren heißt die müssen also eine breite haben dass man aneinander vorbeikommt als radfahrer fußgänger haben im zweifelsfall vorrang und ja wie gesagt der entsprechende besitzer der wege darf nichts dagegen haben das ist einerseits ziemlich streng andererseits kann das auch wieder recht gut sein weil damit wäre auch ein radfahren auf wirklich ganz ganz kleinen wegen wo es nur ausweichpunkte gibt es um aneinander vorbeizukommen eigentlich auch schon wieder möglich das wäre zum beispiel in baden württemberg gar nicht möglich also eher nach so mitteldingen zum mitteldingen zelten darf man zwar schon mit genehmigung des waldbesitzers da sind sie dann wieder relativ liberal aber halt eben kein sonstiges verlassen der wege und man ist wenn man zelten darf weil man die genehmigung des waldbesitzers hat ja ein berechtigter und hat damit die genehmigung die wege zu verlassen und damit zählt dann auch der paragraf 23 hessisches waldgesetz absatz 11 dann nicht mehr weil es ja nur nicht berechtigten verboten ist die wege zu verlassen wer berechtigt ist der darf und schlafen darf man damit im wald natürlich auch nur dann wenn man ihn nachts betreten darf und das heißt damit kann man genauso gut gleich auch noch zelten ob man nun bivakiert oder nicht oder zeltet oder sonst wie ist damit dann quasi sowieso schon relativ obsolet hessen der super spezialfall und das strengste bundesland was alle möglichen waldbenutzungsregeln für unser eins angeht das war's